Musik Herzlich willkommen in diesem neuen Tutorial der Entwicklerpatches Reihe Spielentwicklung in Unity. In der letzten Folge habe ich euch gezeigt, wie wir Skripte in C-Sharp schreiben können und Nachrichten im Konsolenfenster ausgeben können. In der heutigen Folge will ich euch zeigen, wie wir Eingaben vom Benutzer entgegennehmen können. Außerdem will ich euch die Grundlagen des dreidimensionalen Raums erklären. Fangen wir an. Wir haben hier im Unity so eine Art 3D-Fenster. Das ist der Haupteditor, wie wir ja schon festgestellt haben. In dem wird unsere dreidimensionale Spielwelt für einen so eine Art Debug-Modus angezeigt, beziehungsweise zum Editieren. Fangen wir einfach mal ganz klein an. Koordinaten im dreidimensionalen Raum. Zum Beispiel haben wir hier unsere Kamera. Die hat eine Transformkomponente und die gibt drei Koordinaten an die Position in X, Y und Z. Diese drei Koordinaten kann man auch zusammenfassen an den sogenannten Vektor. Bei Vektoren gibt es unterschiedliche Arten. Grundsätzlich verwendet man meistens zweidimensionale oder dreidimensionale Vektoren. Zweidimensionale speichern halt nur X und Y und die dreidimensionalen, die wir brauchen, speichern X, Y und Z. Gut, hier haben wir noch so ein komisches Steuerkreuz. Was heißt komisch, eigentlich ist relativ klar. Dort sehen wir auch mal unsere Achsen noch, wie sie sich hier mal drehen. Also ein Klick darauf reicht, um die ganze Ansicht zu verändern. So, ist das jetzt richtig? Ja. Okay. Und da sehen wir auch die Achsen. Y zeigt immer nach oben in Unity. Bei anderen, wie sagt man, Engines oder dreidimensionalen, ja, wie sagt man sowas, OpenGL zum Beispiel, dort ist es genauso, bei DirectX wäre es ungedreht. Die Y-Achse zeigt hier nach oben, die Z-Achse zeigt in den Raum hinein, das heißt, ich drehe das mal so, dass ich es richtig wäre. So würde es das richtig sein. Das heißt, Y nach oben, Z in den Raum hinein und X nach rechts. Mit negativen Koordinaten können wir natürlich auch nach links oder nach unten oder aus dem Bildschirm rauskommen. So ungefähr. Okay, setze ich mal wieder zurück auf Position 0, 0, minus 10. So, da ist sie. Was kann noch im Dreidimensionalen-Raum wichtig sein? Die Rotation. Die Rotation ist ebenfalls hier in drei Bestandteilen aufgeteilt. X, Y und Z. Das geht jeweils die Rotation um eine Achse herum an. Ich wechsle mal hier in den Rotationsmodus. Na, die will nicht. Okay, dann mache ich das so. Komisch. Rotieren wir das Ganze um die X-Achse. Ja, gut, dann wird die Kamera seltsam geschenkt. Das sehen wir hier schlecht, weil die Kamera ja kein echtes Reibens, sondern das Objekt ist. Am besten demonstriere ich das Ganze an einem Würfel. Cube. Gut. Warte mal, ich muss mal sehen, in welche Richtung zeigt jetzt die Kamera. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Würfel sehen können. Richtig. Setze ich auch mal in Position 0, 0, 0. So, die Rotation in die X-Achse können wir halt auch mit dem Rotations-Tool auf diesem roten Strich machen. Da sehen wir schon, hier bewegt sich der X-Anteil in der Rotation, wenn ich das hier an drehe. Und es wird halt um die X-Achse gedreht. Ich schalte nochmal zurück, da sehen wir, hier entlang geht die X-Achse. So. Und wenn wir daran drehen, bewegen wir uns daran entlang. Das gleiche gilt auch für die anderen Achsen. So. Das ist natürlich jetzt eine ganz komische Zahl hier, aber ich denke, das ist relativ klar zu verstehen. Als letztes haben wir die Skalation. Das ist eigentlich nur die Größenangabe. Werte, oder 1 ist der Standardwert. Und, äh, okay. 1 ist der Standardwert und wir können natürlich hier größere Werte antragen, zum Beispiel hier 6. Bei allen Koordinaten verändert sich das komplette Objekt. Das heißt, alle Unterobjekte ebenfalls. Wenn wir jetzt welche hätten, zum Beispiel dieser Box-Collider, das ist dieser grüne Rahmen. Der hat eine eigene Größenangabe. Wenn wir die jetzt auf 10 ändern, das Ganze bei einer normalen Größe. Hoch. So wäre es sonst. Und das wäre hier halt unser Kollisionsobjekt. Das erkläre ich später noch bei den Physikfolgen. Und wenn ich das Ganze jetzt auf der X auch nochmal um 5 erhöhe, wird das ganze Ding ebenfalls größer. Das heißt, die Skalation und Transformation des Matrix gibt halt die komplette Größe des gesamten Objektes an. Mitsamt allen Unterobjekten. In Ordnung. Wollen wir kleinere Objekte haben, müssen wir Werte, die klein sind, als 1 verwenden. Zum Beispiel 0.9 oder 0.5, sag ich mal. Dann sehen wir, es wird halb so groß auf der X-Achse. Ich denke, das ist ziemlich verständlich, ziemlich einfach zu verstehen. Gut. Soviel zum dreidimensionalen Raum. Dass wir diesen Würfel erstellt haben, hat auch einen guten zusätzlichen Grund. Das habe ich ganz geschickt gemacht. Wir haben nämlich hier unser Camera-Script, unser First-Script. Und das möchte ich jetzt hier rausnehmen. Remove Component auf dieses Zahnrad. Und jetzt ziehen wir unser Script auf unseren Würfel rauf. So. Und fangen an mit den Benutzeingaben. Ich würde sagen, Benutzeingaben sind das Allerwichtigste bei Spielen. Denn was bringt einem eine Top-Grafik besser als von, keine Ahnung, Crisis, wenn der Benutzer den Charakter nicht steuern kann? Das wäre dann nichts Besseres als ein Film. Und einen Film kann man vorändern. Ja. Gut. Ich habe jetzt hier mal direkt im Mono gewechselt. Im Mono Develop. So, damit wir hier gleich anfangen können zu coden. Wie nimmt man Benutzeingaben ein? Dafür stellt Unity uns wieder mal eine Klasse bereit. Die nennt sich Input. Und hier besitzt wieder statische Member und Funktionen, auf die wir einfach zugreifen können. Hier sehen wir gleich jetzt eine riesige Liste von Variablen. Und später auch Methoden. Die meisten davon interessieren uns gar nicht. Und viele davon sind auch für zum Beispiel mobile Geräte wie Android oder iOS gedacht. Zum Beispiel hier sehen wir auch Touch. Und Touch ist Multitouch, Inable. Das ist nichts für ein Computer. Wobei die neuen Windows-PCs können vielleicht auch noch da reinfallen. Die meisten sind ja jetzt hier Touch-optimiert. Bleh. Aber okay. Hier kommen die interessanteren Sachen. Get-Mouse-down, äh, Mouse-Button und so ein Kram. Wir wollen uns erstmal hier Get-Key, Get-Key-down und Get-Key-up ansehen. Alle von Ihnen sagen ja schon aus, was sie tun. Sie fragen einen Key, also eine Taste von der Tastatur ab. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir Get-Key, Get-Key-down und Get-Key-up haben, das hat einen speziellen Grund. Den demonstriere ich am besten mal einfach mit, äh, unserem Debug. Und diese Funktion liefert einen boolischen Wert zurück. Das heißt, wir können theoretisch gesehen einfach das Ganze in eine If-Klausel schreiben. Mache ich jetzt mal nicht. Ich mache stattdessen Debug.log. Debug.log mache ich gleich mehrmals. Hier machen wir Input.get-Key-down. Und als letztes machen wir, ich kopiere die Teile einfach mal, Get-Key-up. So, und jetzt können wir hier einen sogenannten Key-Code definieren. Theoretisch gesehen wäre auch der Name einer Taste möglich. Finde ich nicht so prickelnd. Ich mache das lieber über Key-Codes. Das geht relativ einfach. Key-Code, Punkt, und jetzt der Key, den wir haben wollen. Also, wenn wir einen Buchstaben haben wollen, drücken wir zum Beispiel einfach F. Das geht ganz einfach, aber hier bei den Key-Codes haben wir noch solche Sachen wie zum Beispiel, ja, was haben wir denn da? Escape-Taste, auch ganz wichtig. Die F-Tasten, auch sehr nützlich. Aber auch später der Nummern-Block, wie hieß da? Der hieß Keypad, genau, Keypad haben wir hier auf Zugreifen. Das ist ziemlich nützlich, wenn man es hier oben macht, finde ich. Da hat man eben hier gleich die Übersicht. Wenn wir einen String nehmen würden, würde das natürlich nicht mehr in der Übersicht gehen. Da würde er im Mondo nicht wissen, was wir wollen. Gut, nehmen wir jetzt mal zum Testen einfach Space. Und das kopieren wir auch in die anderen rein. So. Und dann machen wir am Ende noch, damit wir wissen, wo es aufgehört hat, debug.log. Und eine lange Linie, dann wissen wir hier, wo Schluss ist, ein neuer Frame beginnt. Ich würde sagen, wir starten das Ganze einfach mal, um die Unterschiede der drei Funktionen zu sehen. Gut, jetzt klicke ich mal Space und halt es gedrückt. Und jetzt lasse ich es los. In Ordnung. Und jetzt wollen wir uns mal die Konsole ansehen. Die hat hier sehr viele Nachrichten aufgezeichnet. Ich mache mal Collapse aus. Und dann können wir ein bisschen durchscrollen. Hier sehen wir, alle Werte sind voll. Das ist klar, ich habe keine Taste gedrückt. Jetzt scrolle ich mal an den Punkt, wo zum ersten Mal To geworfen wird. Das ist weiter unten. Das ist voll. Und das war der letzte, wo ich noch nichts geklickt habe. Und danach beim nächsten habe ich was geklickt. So, welches sind unsere ersten beiden Methodenabrufe? Das sind GetKey und GetKeyDown. So, der erste ist jetzt True und GetKeyDown ist jetzt auch True. Das heißt, beide sind True. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt hier an denken, dass beide GetKey und GetKeyDown die gleiche Aufgabe haben. Das ist aber nicht so. Wenn wir nämlich ein Frame weitergucken, dann sehen wir, dass nur noch der erste, das heißt nur noch GetKey gedrückt ist und die anderen beiden alle voll stehen. Das ist eine relativ lange Zeit lang, so lange, wie ich das geklickt habe. Jetzt scrolle ich mal ein bisschen mehr. Und später sehen wir, dass... Ja doch, das schneide ich raus, aber auch ich... Nee doch, da habe ich es. So, hier ist es noch True. True. Das ist sozusagen die Fortsetzung von eben. Und dann, urplötzlich, wird... Na, wo ist es denn? Vielleicht hätte ich das einen Tick klüger machen können. False, False. Das ist ganz in der Nähe. True. Da ist es. Urplötzlich wird das True nicht mehr hier geworfen, stattdessen wird auch das letzte geworfen. Das war jetzt natürlich sehr lange, jetzt habe ich sehr lange hier überlegt. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr klar, was passiert. Ich fasse es deswegen nochmal zusammen. GetKey liefert immer True, wenn die Taste gedrückt ist. Immer. Das heißt, drücke ich sie, wird GetKey jeden Frame einen True zurückgeben. GetKeyDown gibt nur bei einem einzigen Frame einen True zurück. Das heißt, es war der Moment, wo die Taste zum ersten Mal geklickt wurde. GetKeyUp macht nur dann, wenn die Taste nicht mehr gedrückt wurde. In dem Frame, wo die Taste nicht mehr gedrückt wurde. Das heißt, jeder von ihnen hat einen speziellen Anwendungsfall. GetKey zum Beispiel würde man vielleicht benutzen, wenn man... Ja... Demonstration, Demonstration... Also... Maschinengewehr zum Beispiel, ne? Da hält man für gewöhnlich auch gedrückt. Da würde man GetKey benutzen. Bei GetKeyDown würde man vielleicht bei einer Pistole benutzen, wo man jedes Mal neu klicken muss. Das ist nicht bei jedem Spiel, so man reichen kann auch normal weiter schießen. Aber bei vielen ist es so, dass man einfach ein zweites Mal klicken muss. Da kann man die beiden zu verwenden. GetKeyUp ist eher so ein Spezialfall, den man... Also ich benutze eher weniger, man andere benutzen schon. Es ist halt immer von der Situation ab, denke ich. Okay. Was bietet Input uns noch? Sehen wir uns mal an. Er hat noch GetMausbutton und GetMausbuttonDown. Ähm, das ist relativ das gleiche von dem Dingern. Also GetMausbutton liefert immer, wenn ein Button ganzer geklickt ist. Ab sobald er nicht mehr geklickt ist und down, sobald er... ...ein Zeugger gerade angeklickt wurde. Ich glaube, das ist jetzt verständlich, wenn ich das nachdem ich das einmal so lange demonstriert habe. Und was erwartet er jetzt? Ein Integer. Ja, toll. Mhm, super. Da freuen wir uns alle, ne? Ich würde mal sagen, das demonstriere ich erstmal, indem ich hier einfach 1 eintrage, äh, 0. Debug.log. Oder ich zeige euch jetzt einfach mal die Dokumentation. So, er ist jetzt die ganze Zeit false. Und jetzt klicke ich True. Und zwar mit der linken Maustaste. Ich lasse los. False. Das ist tatsächlich so, dass die ganzen Gies durchnummeriert sind. Linke Maustaste ist die 0. Rechte ist die 1. Ich drücke jetzt die linke. Nichts passiert. Ich drücke die rechte. True. Und die 2. Ich glaube, es müssen noch weitergehen, während ich andere Maustasten habe. Ich habe nur... Ich weiß nicht, ob das mit den Maustasten geht, die ich da noch drauf habe. Das sind Sondertasten. Kann ich mir gleich mal ausprobieren, ne? Die 2 ist trotzdem noch eine gewisse, äh, besondere Sache. Und zwar kann man damit die mittlere Maustaste ansprechen. Seht ihr, mittlere Maustaste. Und es geht auf True. Das wird, glaube ich, öfters benutzt bei Zoom-Funktionen zum Gramm, ne? Ich teste jetzt einfach mal die 3. Ich würde nämlich zu gern mal wissen, ob das hier auch mit meinen komischen Tasten geht. Na, wo sind sie überhaupt? Da, doch, tatsächlich. Ich könnte also auch mit den Zahlen andere Tasten ansprechen. Ich habe nämlich solche zwei Pfeile. Wenn ich die klicke, geht es auch auf True. Würde ich aber eher abraten, die zu benutzen, weil nicht jede Maus hat solche Sonderknöpfe. Und es ist auch ein bisschen verwirrend zugegebenermaßen, ne? Wir müssen das auch gar nicht machen, ähm, die Zuweisung. Das zeige ich euch gleich. Erstmal machen wir weiter. Was haben wir nämlich noch bei Input? Ich lasse das debug.log einfach mal stehen. Wir haben, auch falsche Richtung, natürlich, ähm, diese komischen Axes und Buttons. Ne, doch, klar, Buttons. Dann haben wir natürlich noch dieses Acceleration-Event. Das brauchen wir alles nicht. Das ist hier für iOS und so ein Kram. Dann hätten wir es auch. Gut, gucken wir jetzt erstmal vielleicht die Buttons an. Ähm, die Buttons sind ein Sonderfall. Dazu müssen wir erstmal in Unit hier reingehen. Und zwar unter Edit, Project Settings und Input. Hier haben wir jetzt nämlich die Achsen definiert. Und das ist, ja, eigentlich nicht unbedingt die klügste Beschriftung. Wir haben hier nämlich die Achsen horizontal, vertikal und Fire 1, Fire 2, Fire 3. Diese ganzen Achsen erscheinen später beim Input-Menü bei unserem Start-Screen und können vom Benutzer frei festgelegt werden. Wir sehen, die kommen hier übrigens auch doppelt vor. Das, ähm, können wir mal gleich vergleichen hier. Haben wirklich die gleiche Beschriftung, haben aber einen anderen Knopf. Hier sehen wir nämlich, dass das, äh, dass hier der positive Button der Joystick ist. Hier oben ist es Left-CTRL. Left-CTRL, wie doof. Ach ja, klar, und alternativ haben wir noch Maus 0. Hab mich schon gewundert, ich schieße doch nicht mit links. Ähm, genau. Hier sehen wir noch ein paar andere Einstellungen. Und das sind, ich sag mal, Spezialinstellungen für die Tastaturen und, äh, überhaupt die ganzen Tasten. Die meisten Sachen müssen wir davon einfach nicht bearbeiten, können wir einfach so im Raum stehen lassen, wie sie sind. Und mit denen können wir nämlich jetzt zugreifen, wenn wir, na, Get-Button. Und jetzt müssen wir nämlich, hier müssen wir ein Stranger geben. Das ist halt, weil das in Unity definiert ist. Fire 1. Die müsste linke Maustaste jetzt sein. So, tatsächlich, immer wenn ich die linke Maustaste drücke, wird Fire 1 ausgelöst. Klicke ich Left-CTL, das ist ja auch so definiert, geht es ebenfalls auf True. Das heißt, damit können wir, ähm, eine Art Tastatur, äh, dynamische Tastaturbelegung einbauen. Das ist ganz praktisch. Wenn man es durchgängig nutzt, benutzt man einmal Get-Key, macht es meistens keinen Sinn mehr. Das heißt, man müsste immer wirklich für alle, äh, Aktionen da was anlegen bei Unity. Gut, das können wir nämlich für alle machen, die da drin stehen. Jetzt gibt es noch eine allerletzte Sache. Ich hoffe, ich habe den Namen noch richtig im Kopf. Input.getAccess. Da gibt es noch Access Raw, das braucht man eigentlich nicht, das sind die Rohdaten. Meistens reicht das Normale und das müssten jetzt nämlich eigentlich, äh, X sein. Oh, verdammt, ich hätte es besser. Nee, natürlich nicht. Ach, was, ach, ja klar. Doch, ich denke, ich weiß es jetzt wieder, sorry. Ähm, wir müssen nämlich eigentlich bei Maus, Maus-X. Das ist das Richtige. Ja, wenn man es einmal gemacht hat, macht man es nie wieder eigentlich, ne? Tatsache, wir sehen jetzt, hier bleibt es auf Null und jetzt bewege ich die Maus und es geht in den positiven Bereich. Jetzt gehe ich nach links und es geht in den negativen Bereich. Das heißt, es liefert uns die Maus-Achse zurück. Maus-Y wäre dann halt nach unten, oben. Das braucht man dann, wenn man zum Beispiel eine First Person, äh, Steuerung macht. Ego-Shooter. Da ist das ganz wichtig, soll ich die Maus-Dinger abfragen. Genau. Und, äh, wir sehen, dass er uns relative Daten zurückgibt. Das heißt zum Beispiel, er gibt uns nicht irgendwie Koordinate 0,0 für links oben und dann hier, keine Ahnung, 800, 600 für da unten. Na, das ist jetzt natürlich falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Er gibt uns keine Koordinaten auf dem Bildschirm zurück, sondern er gibt uns die Bewegung seit dem letzten Frame zurück. Das macht viele Sachen, denke ich mal, einfacher, könnte aber auch verwirrend sein, wenn man das nicht weiß. Dadurch müssen wir jetzt nämlich zum Beispiel nur, ähm, nee, das mache ich jetzt später, wenn wir uns mit den Objekten selbst beschäftigen. Eine kleine letzte Änderung will ich noch machen. Und zwar, na, beim Würfel, nee, doch, ist richtig eingestellt. Ja, doch, 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 genau. So, ich würde sagen, das war's schon. Wir haben die komplette Input-Klasse geregelt. Das war natürlich jetzt nur ein Ankratzen der Input-Klasse. Das heißt, wir haben uns nur die Tasse, also für computerwichtigen Sachen, angeguckt. Und das reicht natürlich noch nicht aus, um ein Spiel zu schreiben, grundsätzlich. Als nächstes werden wir uns nämlich ansehen, wie wir Objekte bewegen können. Ich glaube, das habe ich in meiner letzten Folge schon angekündigt, dass wir das machen, aber ich fand, Input ist einfach so wichtig, dass ich da lieber eine komplett eigene Folge draus mache. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!